Hallo Freunde der Sonne, ich hoffe euch allen geht's gut. Wie ihr wisst, sind wir gerade in einer katastrophalen Situation und wir alle wollen, dass sich das ändert. Dementsprechend wollen wir hier ein paar Worte für euch finden. Ja, wie ihr wisst, wir als Fußballer müssen uns auf dem Platz auch an gewisse Regeln halten. Aktuell ist es so, dass wir uns auch im Privaten, in der Öffentlichkeit an gewisse Regeln halten müssen. Tut uns den Gefallen, bleibt diszipliniert, damit wir schnell aus dieser Situation herauskommen. Und wir alle wieder Fußball schauen können und wir auch Fußball spielen können. Danke.